Heyo, hier ist Ronja und die Easy und ich machen heute ein Lucky Block Duell in Roblox, wo man ja normalerweise keine Lucky Blocker hat, aber in dem Spiel schon. Und vielen Dank an den Sponsor des heutigen Videos, Raid Shadow Legends. Ich bin bestimmt nicht die erste Person, von der ihr über das Spiel hört, aber falls ihr es bis jetzt noch nie ausprobiert habt, tut das unbedingt. Raid ist ein Dark Fantasy RPG, was es kostenlos für Sandy und für den PC gibt. Hier im Portal kann man Shards öffnen und neue Champions ziehen. Zum Beispiel haben wir gerade einen 3-Star Support gezogen. Wir machen mal noch ein paar Shards auf. Nice, die werde ich auf jeden Fall noch in meinem Team machen. Ich finde es mega cool, wie viele verschiedene Champions und Klassen es gibt. In der Taverne könnt ihr eure Champions aufleveln, indem ihr zum Beispiel schwächere Champions opfert. Und es gibt die Kampagne, bei der man mit höheren Leveln immer besseres Loot bekommt, aber auch viele andere Spielmodi wie Dungeons, Faction Wars und die Arena. Außerdem gibt es jetzt neue Tournaments, in denen ihr euch während einer begrenzten Zeit gegen besonders starke Gegner behauptet und im globalen Liederbott mit euren Freunden vergleichen könnt. Falls ihr mich übrigens in Game finden möchtet, mein Name ist richtig Ronja. Wenn ihr dem Link in der Videobeschreibung folgt, kriegt ihr direkt 100.000 Silber, zwei Clan-Boss-Schlüssel, zehn Mystery-Shards und den Executioner. Einfach umsonst. Und ihr bekommt in den ersten 30 Tagen noch extra Bonus zusätzlich zu den Login-Rewards, die man sowieso jeden Tag kriegt. Also worauf wartet ihr? Ladet euch Raid jetzt kostenlos runter und fangt an zu spielen. Das macht wirklich Spaß. Oh, warte, ich hab einen Bogen. Ich hab einen Bogen aus Blumen. Ah, cool. Der ist bestimmt richtig stark. Ich hab einen Löwen. What? Ja, guck mal. Das ist ja... Oh mein Gott, warte, ich schieße es ja. Au! Ich hab einen Löwen. Alter. Das ist ja krass. Das ist so cool. Aber ich komm nicht runter vom Löwen, also so krass ist es auch nicht. Ich hol mir mal meinen nächsten Block ab. Oh mein Gott, guck mich mal an! Warte. Bist du? Du rennst auf deinem Löwen durch die Gegend. Ja. Und ich hab Schuhe. Du hast Schuhe? Ja, Schuhe sind so ein Blüscher. Ach, du hast so Löwentatzen, als... Du bist quasi ein Löwe. Äh, ja, die hab ich auch noch bekommen. Also du kannst mehrere Sachen kriegen. Ich hab einen Erdball. Cool. Ah, wow. Den kann ich viel anfangen. Den kann ich werfen, dann kreist der um mich. Siehst du das? Ich glaub, alle fünf Minuten spawnen, dann ist es, als wäre ich die Sonne. Ich seh den Erdball, das ist was richtig cooles. Au, au, au! Oh, Alter! Ich lass mich mal kurz auftöten. Jo, jo, joa. Mann, was ein Frechdachs. Okay, ich muss kurz warten, bis mein nächster Block spawnt. Okay. Block öffnen. Alles klar. Ich hab eine... Oh mein Gott, ich hab so, so, so Ninja-Messer. Ja, äh, Ninja-Messer? Also in Counter-Strike heißen die Shadow Dagger. Ach, krass. Okay. Ja, komm, wir machen die Leute fertig in der Mitte. Okay, okay, los geht's. Ich hab Wurfwaffen. Ach so. Ja, komm, komm mit mir, ha? Nee, ich bin Nahkämpfer. Oh. Okay. Ich bin kein guter Nahkämpfer, wie sich herausgestellt hat. Ah, ich auch nicht. Okay. Weißt du, ich erobere jetzt... Ich glaub, das liegt an den Blöcken in der Mitte. Die sind nämlich besser, als die Blöcke, die auf unserer Insel sind. Glaub ich auch. Deswegen müssen wir... Die verteidigen das ja. Das ist ja voll frech. Wenn man einmal gute Sachen hat... Dann kann man oben im Kreis bleiben. Oder du holst sie natürlich... ... mit den guten alten Robux hier die richtig guten Items, ne? Ja, das ist natürlich das klassische Pay-to-Win-Prinzip, was wir alle kennen und lieben. Ich hab erstmal ein Holzschwert bekommen. Du bekommst aber tatsächlich gerade gar nichts. Außer in drei. Ah, lass mich doch in Ruhe. Oh mein Gott, sind das viele Leute da in der Mitte? Ich will den Dicken in der Mitte. Gib ihn mir. Ach, kannst du... Kriegst du den? Nee, weil da steht irgendwas komisches. Was? Drei Minuten zwanzig? Die warten immer auf zwei. Das ist ja so frech. Hier, der ist auf zwei, 55. Oh mein Gott, hier... Oh mein Gott, hier... Sehr gut. Können wir das Schwert looten? Ich bin auch tot. Nee, kannst du nicht. Aber wir haben zwei tot. Das ist richtig gut. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die zwei Minuten hier schaffen. Zu überleben und zu verteidigen. Was ist, wenn die Zeit abläuft, kriegen wir dann auch den Mittleren oder ist der Mittlere einfach unmöglich zu erreichen? Oh mein Gott, der hat einen Raketenwerfer. Are you kidding me? Nee, du kämpfst mit mir. Wir sind nur Freunde. Es sind genug Blöcke für alle da. Ich hab einen Geldstab. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Du hast einen Geldstab? Ja, guck mal, was ich in meiner Basis so... Komm mal zu dir. Ja, du kannst dir wieder Blöcke holen, wahrscheinlich. Ich seh's gerade. Nice. Money, money, money. Vielleicht kannst du da die Leute bestechen und kannst sagen, hey, wie wär's? Ich tausche meinen Geldstab gegen... Warte, ich hab einen Besuch. Nein! Mit... Oh mein Gott, nein, 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 nein. Hilfe. Mann, ihr habt. Was macht ihr? Du musst da auffliegen. Okay, okay. Oh mein Gott. Das ist ja voll gut. Wenn ich jetzt noch eine Waffe hätte, dann wäre es wild. Warte, kannst du jetzt auf dem Ding rumfliegen oder was? Ich kann rauffliegen, ja, guck mal. Das ist ja richtig krass. Ich bin krass. Kannst du richtig rauffliegen? Ich hab einen Fahrradbesen. Oh mein Gott, ich seh dich. Ich komm gleich reingeswuped. Oh mein Gott. Aha, jetzt bin ich gelandet. Bist du in der Mitte? Ja, warte, ich bin jetzt mal aus dem Kampfbereich raus. Ich kann halt nicht absteigen, ne? Der Besen ist halt der Besen. Ja, ist beim Blöben auch so gewesen. Und der verliert die ganze Zeit stärker. Guck mal, ich hab einen Regenschirm, mit dem ich angreifen kann. Okay, nice. Ich bin wie so eine alte Omi mit dem Regenschirm, die Leute verprügeln. Der Besen ist so gefährlich, weil man fällt auch gern mal hier in niemanden. In einer Minute kannst du Blöcke aus der Mitte holen, Ronja. Okay, okay. Ich mach nochmal eine Runde. Okay, sieben Sekunden. Ich bin bereit. Kannst du mal aufhören? Das Problem ist, der fährt immer dahin, wo ich hingucke. Und ich will auf die Blöcke gucken. Ich hab einen von den Blöcken. Au, au, au. Oh mein Gott. Es vibriert. Ich hab ne Laserkanule. Come on. Ich hab keinen Block gekriegt. Und ne Raketenwerfer. Jetzt fünf Sekunden spot der Nächste. Komm, schnell. Es wackelt alles. Gib ihn mir. Oh mein Gott. Ich hab ihn, ich hab ihn. Laser. Oh, man kann damit... Nein! Ich hab grad meinen Block gehabt. Nein, ich bin auch tot. Ich hab ein krasses Schwert und Kürbisse gekriegt. Na toll. Danke für gar nichts. Wie auch immer mich da grad getötet hat. Könnt ihr nicht mal ein bisschen Spaß einem gönnen? Ronda. Hass. Alles klar. Voller Wut. Komm, komm. Wir holen uns neue Lucky Blöcke aus unserer Base. Ich hab eine Sprungfeder gekriegt. Die ist ganz cool. Die kann man auch kontrollieren. Das ist ein bisschen besser als... Du kannst gleich den neuen Lucky Block aus deiner Base nehmen. Oh, den 10 Minuten Lucky Block kann ich mir gleich schnappen. Ich hab... Ich hab Blumen bekommen. Ich habe... Die Äxte, die du hast. Die kleinen, doppelten Wurfexte. Ah. Okay. Ich hab Blumen. Nice. Vielleicht kannst du ja... Tauschen. Hey. Ich hab Blumen für dich. Äh... Oh, warte mal. Da ist einer. Der ist einer fast tot. Den kann ich noch finishen. Acht Minuten noch. Was hat denn der für eine grüne Blubberblase um sich rum? Warte, das hast du auch. Ich hab auch eine. Das ist... Ja, ja, das kannst du als Item kriegen. Komm mal rein. Kommst du rein, ne? Nee, die ist weg. Okay, pass auf. Ich geh jetzt immer kurz rein, werf den ab und geh wieder raus. Und dann geh ich rein, werf den ab und geh wieder raus. Aber ich glaub, wenn du rein kannst, dann kann er auch rein. Nee, nee, nee. Ich geh quasi ins Feld und dann aus dem Feld raus. Weil das ist ja der Bereich, wo man kämpfen kann. Achso. Weil draußen kannst du ja nicht angegriffen, getötet werden, soweit ich das... Ah, mich hat glaube ich jemand reinkatapultiert. Why? Ich weiß nicht. Ich glaub, du kannst auch draußen getötet werden. Nee, das ist jetzt glaub ich nicht. Ah, doch, kann man. Äh, ja. Ja, dann, äh... Okay, der eine braucht noch ein paar Minuten. Oh mein Gott, Bomben. Oh mein Gott. Ich hab's auf dich zu reinsehen. Junge! Ich würd gerne die Lucky Block von unseren Clown können. Ah, du kannst jetzt immer zwei aufmachen. Ah, das ist cool. Ey, weißt du, was ich bekommen hab? Hm? Komm mal her. Warte, du bist bei Rot, ha? Hitscherschwert! Oh mein Gott! Ja! Hitscherschwert? Ja! Zeig mal näher. Zack! Oh lol, da sind so Salamis drauf. Warte, ich greif ihn an und nimm das! Ah, stirb! Los! Wieso stirbst du nicht? Ah, das ist gar kein Spieler. Das ist gar kein... Versteh ich nie, warum der nicht stirbt. Nee, ich kann nicht nachvollziehen. Wann kommt der Nächsten? Dan, sieben Minuten. Ich hab jetzt zwei. Zwei Blöcke ready. Drei und vier. So, was haben wir hier drin? Schon wieder die Erich. Die hat mir letztens schon keine Dienste erwiesen. Und noch eine doppelschneidige Axt. Okay. Also ich hab die Erich mal um mich herum. Alter. Ich sag, die Axt ist es. Ich hab... Die hat doppelte Seiten und die hat einen Totenkopf drauf. Oh, warte, hier ist ein Block gleich. Wie lange? Eine Minute, eine Minute. Ich muss erst mal Medina töten hier. Los, mach sie fertig! Medina! Die ist nett, aber egal. Ist mir egal. Mach sie trotzdem fertig. Oh, nein, nein, nein! Oh, der Typ, Junge! Was? Ich fliege. Oh, mein Gott, jetzt bin ich tot. Also bis jetzt ist mein Lucky Block-Duell eher... ... ... ein Duell gegen mich. Der Typ ist richtig krass. Der hat richtig gute Waffen. Tja, der schummelt doch auch safe. Alles klar. Ich hab ne Pistole. Aber der Besser ist, heißt du schummelt er oder was? Ja. Oh, was ist das? Ist das ein Grappling-Hook? Hast du eine? Ich hab ne Pistole und ein Grappling-Hook, glaube ich. Ah, das ist cool. Funktioniert der? Wie kommt wieder Baum? So wie ich denke, dass er funktioniert? Nee, er funktioniert einfach gar nicht. Ah, das ist auch cool. Hä, den Typen mit dieser Blase kann man doch gar nicht töten, weil er einen wegschubst. Also, ah, ja. Er funktioniert, aber er funktioniert sehr, sehr langsam. Ich bin im Baum. Okay, nice. Und jetzt hole ich meine Pistole raus und schieße auf die Leute, auf den Baum aus. Ich denke, das ist, äh, the way. Hier. Nimm das. Piu. Versuch, mich doch zu treffen. Kannst du nicht. Du bist nämlich nicht im Baum, Loser. Ha. Tja. Ah. Oh, warte, ich hab ne Freeze Gun. Siehst du das? Die hat ihn angehalten. Echt? Ja. Das ist ja cool. Tja. Oh mein Gott, wovon wurde ich getroffen? Von nichts. Ja, das ist wieder der Dicke mit seiner komischen Kugel da. Tja, das ist ein Loser. Ah. Was? Sie läuft einfach durch. Ich hab aufgelöst. Ich hab so gute Waffen, ich hab so gute, hatte ich auch nie. Nein, bist du tot? Ich bin tot. Aber keine Sorge, denn wenn man tot ist, kriegt man direkt ja was Neues. Und das heißt? Ja, das stimmt. Raketenwerfer. Obwohl das eher aussieht wie so ein Sprengsatz. Und ein Hai. Ein Hai? Ja, ja, auf dem kann ich reiten. Ah. Ist wie dein Löwe, nur halt cooler, weil es ein Hai ist. Oh mein Gott. Nein, Löwe sind cooler als Haie. Ja. Aber hast du schon mal ein Hai mit einem Sattel gesehen? Ich denke nicht, ne? Oh, ich bin endlich durch die Brücke durchgefahren. Ungefähr Viertelstunde hat es gedauert nur. Yeah. Und deswegen kann ich jetzt mit meiner, was auch immer das sein mag, weil ich schieße mal auf ihn. Na, mach das. Dismount. Das schießt nicht. In 13 Minuten können wir schon die 30 Minuten-Löcke öffnen. Kann das irgendwas? Ja. Hä? Junger Mann. Nein, mein Hai brennt. Was? Nein, was der für ein Schwert hat, ey. Der macht einen ja One-Hit. Der rote. Ich habe auch den Geldstab. Du hast den Geldstab? Ja, mit dem kann man irgendwie nicht viel machen. Oh mein Gott. Das ist ein Raketenwerfer, glaube ich, was ich habe. Der schießt nicht, mein Raketenwerfer. Untypisch. So, Raketenwerfer. Würde man jetzt sagen. Meinst du? Ist tatsächlich auch gar kein Raketenwerfer, wie der sich rausstellt. Sieht nur so aus. Ach, das ist so eine Schrumpfkanone. Ich kann dich klein machen. Ach, wirklich? Ja. Oh, jetzt hat mich wieder einer gefühlt. Alter, was hat denn... Schrumpf immer. Wer hat diesmal denn mit dem Vogel? Wir hatten den Phönix. Das ist ja krass. So schrumpft der nicht. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht hat sich die Person selber geschrumpft. Und ich mache einfach gar nichts, stattdessen mit meinem überdimensionierten Raketenwerfer. Hier auf dem Besen weiß ich genau, dass man da nicht gut fliegen kann. Wann kommen wieder Blöcke in der Mitte, Ronja? Bist du gerade in der Mitte? Ich bin in der Mitte. Wie lange noch? Oh, 10 Minuten. 5 Minuten. 5 Minuten. Nee. Das ist sehr frech. Komm schon. Ich würde gerne den mittleren Block mal kriegen. Ja, ich weiß nicht, wie man den kriegt. Irgendwie... Vielleicht mit dem Geldstab. Pass auf, da ist einer. Muss jetzt irgendwas gut sein. Au. Au. Der ist so aggressiv. Der wird alle mal umringen einfach. Max-de-de-mi-ung-was-queto. Was? So heißt der. Mi-de-i-x-i-queto. Aussprache vielleicht. Sie fehlerhaft. Darfst du sieben nicht vergessen. Ich komme jetzt einfach. So in die Mitte. Schon wieder ein Geldstab, Jungs. Was ist das? Und was ist das? Auf zwei noch ein Stab. Ja. Danke. Das ist sehr schön. Ich komme mit meiner Lanze. Drei Minuten nach. Ich bin bereit. Acht Minuten nach. Zu lanzen. Drei. Okay, das wird nichts mehr. Oh mein Gott. Hier ist drei. Neben dir ist wieder der komische. Aber der ist nicht der aggressive. Der hier. Der frisst mich. Der frisst mich immer. Hier. Ja stimmt, der frisst mich auch immer. Mach ihn kalt. Ich mach ihn kalt. Ich piek's ihn von hinten. Ich piek's ihn in seinen Hohen. Das war's wohl mit dir. Ja. Das war's mit dem Friesen. Okay, ich will noch einmal wissen, was aus meinen Blöcken kommt. Und dann für den finalen Kampf in der Mitte. Mich bereit machen. Yes. Was mit dir? Hast du schon neue Blöcke? Äh, nö, ich hab gar nichts. Du hast gar nichts? Ich campe in der Mitte und hoffe auf gute Neuigkeiten. Okay. Ich habe eine Gurke und ein... Nein. Calling an airstrike on a designated location. Ich kann quasi eine Luftwaffe zünden, dass die in die Mitte fliegt gleich. Nein, echt? Das ist verrückt. Das ist gut. Ich muss nur wissen, wie man das einsetzt. Ja, aber sowas von. Ah! Du siehst du. Guck mich da an. Ich komme gerade aus meiner Base. Ach komm. Jetzt wirst du wenigstens genugt gleich. Hallo. Och, Mensch. Kommt das jetzt noch? Mein Airstrike? Oder wird der einfach ausgesetzt? Oh, guck mal, da kommt er. Siehst du das Flugzeug, was da fliegt? Ah, ich bin mit. Wo ist ein Flugzeug? Da war eben ein Flugzeug, aber das hat nicht gut funktioniert. Ja gut, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr wisst, wie man an die dicken Dinger da in der Mitte rankommt, dann schreibt das gerne. Dann weiß ich das auch das nächste Mal. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht, Easy und meine Kanäle zu abonnieren. Und ja. Du hast ein Herz bekommen. Ja. Und ich kann damit fliegen. Achso. Du kannst mit dem Herz fliegen? Ja, ein Herzballon. Alles cool. Ah, okay. Gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.